In der iranischen Provinz Ostaserbaidschan ist eine friedliche Demonstration von Umweltaktivisten gewaltsam niedergeschlagen worden. Die Demonstranten hatten versucht, auf die zunehmende Verlandung des Uwamiya-Sees aufmerksam zu machen. Das iranische Parlament jedoch hatte die Verlandung erst kürzlich als natürlichen Vorgang bezeichnet, die keinerlei Gegenmaßnahmen erfordere. Der See im äußersten Nordwesten des Landes trocknet unter anderem deswegen aus, weil in den einmündenden Flüssen über 30 Talsperren errichtet wurden. Ähnlich wie beim zentralasiatischen Aralsee wird mit dem Wasser die Landwirtschaft gespeist. Der See trocknet infolge des Wassermangels zusehends aus. Probleme bereitet außerdem die zurückbleibende Salzkruste, wird das Salz doch oft vom Wind viele 100 Kilometer landeinwärts getragen, wo es weiteres Ackerland unfruchtbar werden lässt.